Ich habe hier so ein Hot Blondie mit Eis. Boah, ich dachte so eher Vanille. Mit dem Kern, mit dieser Karamellsoße. Mhh. Burger King Woche Folge 5. Heute auf dem Parkplatz. Ich wollte eigentlich woanders hinfahren, aber Burger King so unverschämt wie sie sind. Ich habe hier so ein Hot Blondie mit Eis. Ja, man sieht schon, es fängt an zu schmelzen. Ich muss mich beeilen. Und wirklich, man nimmt das zum Mitnehmen. Und wir sind ja auf einer Autobahnraststätte. Also Leute, das ist nicht mal so. Ich nehme es auf eine Hand. Wenn man es wirklich mal unterwegs haben will, ist das ganz schön blöde eingepackt. Ich probiere es direkt mal. Hier fängt mir schon die Sahne an zu schmelzen. Das Eis hier, meine ich. Mhh. Eis ist Eis. Ja. Eis ist Eis, Sahne ist Sahne. Ich versuche mich hier ein bisschen durchzukämpfen. Das schmeckt schon mal geil. Ich kann mich erinnern. Ich habe den Braun schon mal gegessen. Den Brauni. Ich weiß auch gar nicht wann. Aber den Blondie habe ich noch nie gegessen. Jetzt kommt's. Ich hole dir was raus. Das ist mit Karamell. Holt mich vielleicht mal jemand hier runter? Oder hoch? Oder irgendwas? Boah, ich dachte so eher Vanille. Jetzt kommt's. Mhh. Mhh. Das war so ein bisschen doof. Aber es ist jetzt später Nachmittag. Das heißt doof. Ich bin der Einzige, der hier so Nachtisch bestellt hat. Nur Nachtisch. Boah. Das soll nun ein Übergang sein für das Video zum Füllen. Moin. Moin, es ist so geil. Es ist so cremig, so fluffig. Mhh. Mit dem Kern mit dieser Karamellsoße. Vor allem mit dem Eis. Man kann ja auch ohne bestellen. Mhh. Mhh. Saftig. Mhh. Geil. Bekommt ihr saftige 10 von 10. Mhh. Also 10 von 10. Schön saftig, fluffig. Der Kern von innen schmeckt mega. Kann man sich nicht beschweren. Aber, ein Abzug in der B-Note für den Transport. Also was will man denn damit, wenn man wirklich unterwegs ist vielleicht. Also, wenn man sich da nicht einsaut. Zwei Folgen noch. Das Finale ist nicht mehr weit. Da gibt es auf jeden Fall was richtig Fettes. Was es beim nächsten Mal gibt. Ja, mal schauen. Da wird es wieder so ein klassisches Produkt geben. Ich muss mir da irgendwas mal aussuchen. Oder will. Ja. Ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.